hallo liebe leute also die 30 tages challenge ich gebe zwar das rauchen aufgeben noch nicht auf aber ich habe sie nicht geschafft ich habe wieder geraucht und deshalb werde ich jetzt 50 euro an ärzte ohne grenzen spenden ist die erste spende ok das hätten wir dann mal und dann noch einmal 50 euro am wwf austria für den artenschutz weil ich tiere liebe und ich finde das ist nicht schlimm dass ich sie jetzt noch nicht geschafft habe das rauchen aufhören aber ich wollte sowieso schon immer mal spenden und jetzt habe ich gleich 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 einen moment noch gut für wwf und ärzte ohne grenzen ich hoffe die können was mit 50 euro jeweils anfangen und jo schauen wir mal wann ich wieder den nächsten versuch startet zum rauchen aufzuhören das werde ich wahrscheinlich nicht filmen ich kann das nicht jedes mal eine 30 tages challenge machen außerdem habe ich nicht so viel kohle auf jeden fall das war es wieder mit dem video wieder mal ein bisschen ein kürzeres video aber ich glaube ich schaue jetzt dass ich wieder etwas mehr unterhaltung bringe dass der youtube channel auch weiterhin schon wächst und wenn ihr das zu großzügig gefunden habt von mir lasst einfach ein abo und ein like da das wäre mega nice na passt dann servus leute